Ich persönlich habe immer noch die gleiche Skiausrüstung. Wie letztes Jahr, wenn ich mich auch so auf der Piste erkenne, kann ich gerne anhalten und mir etwas sagen. Heute bin ich sicher viel neben der Piste unterwegs, da es einfach zu geil ist. Aber natürlich, etwas muss man immer beachten, wenn wir die Lawinengefahr, und die ist auch heute nicht zu unterschätzen, denn in den letzten 5 Tagen gab es über 1,50 Meter Neuschnee und das ist schon ordentlich für diese Lage.